Herzlich willkommen bei der Latteltin AG. Wir sind ein unabhängiges Schweizer Familienunternehmen der Getränkebranche, das seit 1899 Tradition, Qualität und Innovation in der Herstellung und dem Vertrieb von Spirituosen, alkoholfreien Spirituosen, Fillers und Sirup vereint. Unsere Produktion ist das Herzstück unseres Unternehmens. Dank unserer topmodernen Produktionsanlage in Winterthur können wir in allen Verarbeitungsschritten höchste Qualität garantieren. Unser Tanklager mit über 190 Tanks verfügt über ein Gesamtvolumen von mehr als einer Million Liter. Unsere leistungsstarken Abfüllanlagen erfüllen höchste Standards. Wir befüllen Flaschen in allen Formen, Farben und Größen aus Glas, Pet und Metall. Unser Hochregallager bietet Platz für 4000 Paletten. Dank unserer hochprofessionellen Logistik sind alle gelagerten Produkte im Handumdrehen bereit für den Vertrieb. Neben unseren eigenen Produkten führen wir internationale Topmarken in unserem Sortiment. Dank unserer langjährigen Erfahrung lancieren wir neue Brands erfolgreich auf dem Schweizer Markt oder etablieren bereits bekannte Marken. Über 40 Paletten verlassen täglich unser Werk zu Kunden in der gesamten Schweiz – schnell und zuverlässig. Unser kompetentes und erfahrenes Team steht Ihnen selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Unser einmaliger Markenmix ermöglicht individuelle Lösungen für jedes Kundenbedürfnis. Der Schutz der Umwelt ist uns sehr wichtig. Wir setzen uns aktiv für die CO2-Reduktion ein und sind stolz darauf, eine der größten Solaranlagen Wintertours zu betreiben. Aber spitze sein reicht uns nicht. Wir streben stets danach, uns weiter zu verbessern. Für unsere Kunden nur das Beste. Die Latilten AG – seit 1899 Ihr zuverlässiger Partner für Qualität und Innovation.